Sieht merkwürdig aus. Bibrallgräbe. Haben sie da im Mittelalter nach Irz gesucht. Der Adler fliegt. Weil hier ist ja wiederum der Grünschiefer, Sandstein, Quarzader und genau dort hier gehen so Kanäle rein in den Berg. Aber man sieht nichts mehr. Es liegt auch kein Holz rum, kein Grünscherholz. Oder war das bloß Tagesschorf. Was man weiß. Also Irz habe ich gefunden. Schwarze, schwere Brocken. Wenn man es auseinander schlägt, dann kommt ein feinkorniges, gelbes Material zum Vorschein. Gelbes, gelbliches mit schwarzem Anteil. Sieht aus wie schwarzer Sand. Und dann noch weiteres. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020